Hallo und Willkommen zu einer Folge Badwars 1 vs. 1, ich gegen den Anton. Hallo. Alter, ich hab... oah. Ey, wie kann man im Kopf mehr gespielt? Ey, jetzt nimm doch die Scheiße. Geht doch. Ach Scheiße, ich hab gar keinen Platz um mich herum, hier liegt so viel Kacke. Auf meinem Scheißschreibtisch. Mein Persa-Ausweis, genau. Lieg einfach hier rum. Gut, gut, gut. Muss ja auch sein, ne? Jetzt kann ich... Na, oh fuck. Tschüss. Bist runtergefallen? Ja. Weil ich vergessen hab, dass ich bei mir, äh... Dass ich bei mir Steuerung und Shift ja umgestellt hab. Alles klar. Ja, ich muss grad auch erstmal irgendwie da reinkommen. Berinte ja auf Shift und Sneak auf Steuerung, das hab ich grad vergessen. Aber jetzt... Aber jetzt... Läuft's wieder. So. Was hast du für ne Taktik? Erst ausrüsten, oder? Das sag ich dir ganz bestimmt nicht. Haha. Schade. Aber ein netter Versuch, definitiv. Aber ich find's schade, dass bei dem Bad Wars Verspielungs auf Gomme so ein bisschen die Sachen anders sind. Inwiefern anders? Äh, die Item ist nicht dieselben. Das sind... Es gibt zum Beispiel nur eine Rüstung oder sowas. Und so eine bestimmte Rüstung nur. Und Schwerter gibt's auch nicht so viele. Die Bögen, ähm, haben keine Unendlichkeit. Hä, hier? Mhm. Fühl ich ja nie wie eine Rüstung oder Unendlichkeit. Das ist kein normales Bad Wars, das wir hier spielen, sondern... Ach so. Ein, ja, Bad Wars 1 vs. 1. Okay, das wusste ich nicht. Aber egal. Ich werd's ja jetzt sehen. Aha, ist der auch schon da. Was? Es gibt hier nur ein Goldschwert? Nicht verarschen. Das ist das, was ich meinte. Boah, ist der zu draußen. Boah, ich bin ja fast runtergesprungen. Aber dieses Eis hier, das nervt mich extrem. So. Ach so, es gibt gar kein Goldschwert. Richtig behindert. Egal, egal. Alter, ich kann hier nicht kaufen, in diesem Scheiß-System. Tja, ja. So. Es gibt doch nur eine Art zu essen. Aber, okay. Ist alles was seltsam. Egal, ich glaub, wenn man sich ein bisschen einfindet. Ja. Es ist ja auch 4-1 vs. 1 für schnelle Runden ist es ja auch vollkommen gut. Wo bist du denn du? Bist du in deiner Base? Hä? Was denn? Bist du in deiner Base? Ja. Alles klar, ich seh dich nicht. Wurde die Sichtweise so weit runtergestellt, dass man dich nicht sieht? Alles klar. Hallo. Ich bin so ein Trottel, weißt du das? Ich hatte mir einen Bogen einfach nicht ausgerüstet. Wollte ich gerade abschießen, ich seh nur die Pfeile in meiner Inventarleiste. Alles klar, hab ich mir gedacht. Tja, machst du nichts, ne? Muss ich meine Hotkeys nochmal? Scheiß, ich hab keine Hotkeys. Okay, das war klug. Trotzdem. Es nervt einfach, wenn ich dich nicht sehe. Ja, dann musst du die Distanz hochstellen. Tja. Fass! Hab ich dich gerade gekillt? Nein, hast du nicht. Hier, du bist einfach aus meiner Sichtfeld, aus meinem Sichtfeld verschwunden. Aber alles klar. Richtig trollig. Naja. Na, hast du auch mein Wett? Nein, ich bin noch in der Mitte. Alles klar. Ach, verarscht. Ja, Status Quo, würde ich sagen, ne? Mhm. So. Gibt es hier eigentlich Spezialitems oder sowas cooles? Alles klar, sowas gibt es tatsächlich. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Doch, doch, doch. Nein. Nein, ich hab mir gerade eine Rettungsplattform gekauft. Ah, easy. Verdammt. Oh, Mann. Ich hab gedacht, ich hab noch ein paar Sekunden und wollte mit einer Rettungsplattform kommen. Egal, lass ich nochmal weiter. Ja, ich hatte schon eine. Ah, shit, ey. Was ist das denn hier? Was ist das denn für eine Scheiße? Läuft. Oh mein Gott. Ey, was ist das hier für ein Dreck? Naja. Aber in der Runde hab ich irgendwie immer über 100 FPS, ne? Also, das versteh ich auch nicht. Ich hab gar nicht. Ich habe... Äh, 400. Ja, okay. Alles klar. Dann PC ist ja auch viermal so gut, ne? Ich hab das vorher immer auf 60 beschränkt, deshalb bin ich selber grad was überrascht. Wird's denn hier Eisen? Ach, hier gibt's Eisen. Wie, du bist doch gar nicht bei Eisen. Ich bin schon bei Gold. Ja, bestimmt bist du schon bei Gold. Das glaub ich dir jetzt auch mal. Solltest du lieber tun. Denken seh ich dich auch nur in der Mitte. Ja, das ist... Ich seh dich auch nicht von der Mitte aus. Das hatte ich ja grad eben auch schon. Also, eigentlich hat Gold ja hier in diesen Bedwars kaum einen Sinn, ne? Doch. Aber nicht so viel. Ja, du hast eine bessere Spitzhacke. Und? Ja, okay. Und Bogen. Oh. Was ist Mora? Ja, ich hab mir grad, äh... Ich wollte mir eine Spitzhacke holen und hab mir 30 geholt, gefühlt. Na, geil. Und ich wär fast schon wieder runtergesprungen, Alter. Ich muss mir das... Also, entweder muss ich mir das umstellen, weil ich werd... Ach, scheiße, du bist schon in der Mitte. Okay. Ja, eben schon da, das ist richtig. Und wo bist du? Ach, der hat nicht mal angefangen, sich rüberzubauen. Doch, über Eisen baut er sich. Alles klar. Ja, ich muss mal kurz gucken, wo ist denn hier das Bett? Oh. Sehr gute Überlegung. Ach, da. Ich wette mal in dem Turm. In dem Turm, oder? Ich weiß wo. Sag das mir nicht. Alles klar, ich hab's. Ich glaub, die Runde geht an dich. Sicher? Ja. Bin ich auch für. Ja, du musst ja auch mal gewinnen, ne? Okay. Das noch. Bist du noch nicht in der Mitte? Nein. Und ich weiß, dass... Ich weiß, dass du inzwischen sowieso 30 Bögen und alles hast. 30 erst. Kurz nach dem Mikro ein bisschen umstellen. Alles klar. Aber das ist trickig gemacht mit diesen Plattformen. Und wenn man sich da ransneekt, dann läuft man einfach runter. Weißt du, wie ich mein? Na, stehst du gleich direkt hinter mir, oder? Was? Nö, nö. Diehst du gleich direkt hinter mir, oder womit muss ich jetzt rechnen? Nö, ich hab so wenig Platte. So. Das ist doch schön entspannt hier, oder? Neben der Lava direkt, weil ich immer so ein unglaubliches Glück mit Lava hab. Ach, ja. So. Ach, da bist du ja schon. Hi. Was darfst du? Zum Ende sehe ich deinen Weg. Ach so, ja, ja. Genau. Das freut mich doch. Da hab ich grad eben gesagt, dass ich zu wenig Blöcke hab. Dann bin ich zurückgelaufen, um Blöcke zu holen und hab die Blöcke vergisst. Und runtergefallen. Ach du Scheiße. Alles klar. So, ich geh mir jetzt erstmal... Ah, nein. Ich glaub, ich dämme jetzt wiederum, dass man auf Steuerung sprintet. Ja, das ist echt ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Echt ungewohnt, wenn du dann irgendwelche andere Spiele zwischendurch spielst. Ja, ich sag mal so. Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, ne? Na, du Bow-Spammer. Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Wie ich einfach kein Spitzhacker habe. Weißt du, Mario? Lass es doch... Lass es doch einfach. Weißt du, lass es doch einfach. Buh. Oh, fuck. Okay, tschüss. Nein! Ich hab auswesend eine Rettungsplattform eingesetzt. Ich muss mir das gerade umstellen in den Steuerungen. Ich komm damit nicht klar. Ich geh nochmal eine Zeit zurück und hoffentlich bezackeln. Reset. Und... So. Reset, so. Jetzt ist sprinten und, äh, sneaken wieder richtig. Ich mein, ich hab jetzt eh verloren, aber gut. Was? Wieso? Ja, wieso ich nicht jetzt noch gewinn, du Vogel? Keine Ahnung. Wenn ich so dumm runterfalle. Ich werd jetzt auch noch angerufen, Alter. Ich glaub's doch wohl nicht. Ja, geh einfach AFK. Ich will das ausstellen. Geh einfach AFK. Nein. Doch. Ha. Anrufbeantwort übernimmt das. Alles klar. Wahrscheinlich werd ich jetzt gleich vom Handy angerufen. Hör auf. Hör auf. Ich hab gesagt, hör auf. Nein. Alter. Als ob... Ja, genau. Hab ich dich noch bekommen? Junge. Bist du down? Nein, als ob. Also von einem sterbe ich jetzt auch nicht, aber... Ach so, schade. Ich dachte... Nein! Geh weg! Geh doch weg! Ich hasse dich. Alles klar. Ach, hat sie alles schön zugebaut. Was baust du denn eigentlich immer? Was baust du denn eigentlich immer? Hast du dich da hochgebaut, wo du normalerweise ist bei uns? Das war nicht mal beabsichtigt. Alles klar. Geh doch sterben. Geh du doch sterben. Du kriegst mich nicht mehr eingebaut. Hä, was baust du denn immer? Ach, da oben. Ach, komm. Oh, was? Ja. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich hätte sie dich einfach nicht anbauen sollen. Ja, Mann. Ich hätte sie dich einfach nicht anbauen sollen. Ah, ist das geil. Scheiße, Alter. Was hab ich gemacht, Alter? Ah, da boxe ich ihn zu Tode. Herrlich. Siehst du, das ist immer noch möglich. Ja, und ich zitter einfach die ganze Zeit wie nicht. Basti, ich bin so schlecht geworden in Minecraft. Darf nicht wahr sein. Geil. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Warum bist du dann nicht direkt zur Mitte gekommen? Weil ich, äh, weil du mich dann einfach weggeboxt hättest. Ja, ich hab doch alle Sachen verloren. Ja, und? Hey, wieso hast du schon wieder einen Bogen? Goldreserven. Fick dich. Warum, warum hast du Goldreserven? Weil mir gerade eben ganze Zeit die Mitte gehörte. Oh, ja, geil. Weißt du? Und jetzt fängt der ganze Spaß hier wieder von vorne an, ne? Weil du einfach nur Bo-Spam-st. Gar nicht, das ist, äh, eine Lüge. Das ist Taktik, ne? Alter, ich muss jetzt erstmal mit dem Taktieren. So. Guck, jetzt darfst du auch in die Mitte. Ich lass dich gerade mal rein. Ich lass dich passieren. Gütig von dir. Weil hier auch so viel Gold liegt. Aber guck, du bist schon in der Mitte, ist doch was Schönes. Vielleicht soll ich meinen Chunk, meine Chunks ein bisschen hochstellen. Das bringt dir nichts. Zwölf Chunks. Die haben mir deaktiviert, dass du, also haben die Sichtweite sozusagen eingeschränkt. Ich wusste es. Es kam mir schon komisch vor. Aber warum? Warum nicht? Ich wette, dass ihr läuft sogar auf Zeit. M-m, anscheinend nicht. So. Oh Mann, ey. Ich sollte mir echt mal einen neuen PC zulegen. So. Ich bin bald wieder ausgerüstet. Das ist schön. Hör mal, das freut mich. Das, das, das finde ich wirklich, ja, das finde ich wirklich schön. Alles klar. Fühle ich mich direkt wieder wohl, wenn ich weiß, dass es dir wieder gut geht. So, diesmal, diesmal war ich aber nicht in denselben Fehler. Also, was gerade ist in der Mitte, sehe ich. Och, Junge, lass mir doch mal die Mitte. Zumindest mal eine Minute. Ja, alles klar, alles klar. Fick dich doch. Was solltet ihr, Mist? Ich seh dich einfach nicht. Ich schieße einfach random rein. Ja, perfekt. So. Wo bist denn du? Alter, du hast doch zwei Herzen. Nein! Du Spass. Ah! Junge, ah! Oh, oh. Was tue ich? Was tue du? Bist du in die Lava gefallen? Ja, man. Du hast mich doch so eingebaut. Ich konnte nirgendwo anders hin. Ja, gut. Ich hab verloren. Alter, du hast dir die Kisten richtig behindert gesetzt. Ja, natürlich. Warum? Ja, weil ich auch nicht ganz blöd bin. Schade. Okay, die Kiste hast du aber blöd gesetzt. Muss ich echt zugeben. Rennt jetzt rüber zu meinem Bett. Ich glaub's doch wohl nicht. Oh! 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 Alles klar, ich seh dich nicht mehr. Ein Bett zu haben bringt dir nix, ne? Du bist unequipped. Oh! Hatte mein Bett bekommen. Und? Ah! Ach! Zweieinhalb Herzen. Hammer. Ja, steht es insgesamt 1 zu 1, ne? Alle guten Dinge sind drei? Ja. Dann geht's auf in die letzte Runde. Gameservit gestartet. Bitte haben Sie etwas Geduld. Du befindest dich bereits in einem Matchup. Okay, dann warten wir kurz. Ach, verdammt, ey. Das regt mich auf. Ja, komm, 1-1. Es ist immer noch alles offen. Nein, Katte, bis es losgeht. Bis gleich. Okay, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das mit Movie Studio überhaupt geht. Ja, egal. Hallo, Hoffnung hat gerade gestartet. Ja, das geht damit. Kann ich euch erklären, wie. Dam, dam, dam. Das ist das Lagerfeuerlied. Wo spawnt denn hier die Bronze? Ach, hier. Beim Lagerfeuerlied. So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer das hier gewinnt, der hat sozusagen das Best of Three gewonnen. Also werde ich gleich gewinnen. So selbstbewusst. Ja, klar. Ich habe die erste Runde gewonnen. Ja, ich die zweite. Ja, wir werden ja sehen. Oh, willst du mich verraten? Ja, komm, bau weiter. Viel Spaß im Fallschirm zu sterben. Alles klar, wo bist denn du? Alter, wie langsam spawnt ihr denn bitte das Gold? Tja. Oh, da kommt er schon wieder, Alter. Ich glaube es noch nicht. Da kommt er schon wieder, der Drecksack. Na, hast du schon Bogen? Natürlich hat er schon Bogen. Hä? Irgendwie habe ich meine Drop-Taste verlegt. Warte, ich muss ja kurz gucken, auf welche Taste ich jetzt Items droppe. Immer noch auf Q, hä? Du kannst ja nichts droppen. Oh! Alter, was ist das eigentlich für ein scheiß Spiel? Ja, warum sollst du ja auch was droppen? Das ist wahrscheinlich aus Sicherheit gemacht. Ja, warum sollte ich was droppen? Mein Gold wegwerfen, bevor ich es verliebe im Kampf? Warum sollte man sonst was droppen? Wenn du das hinwirrst, dann bekomme ich das doch. Ja, aber wenn ich es in meiner Base in irgendeine Ecke werfe? Dafür gibt es Küsten. Jetzt ist eine dumme Frage, wo spawnt ihr das Iron? Ich mache mir übrigens mal einen einfachen Weg zu dir. Der andere war mir zu blöd. Ja, freut mich. Alter, hör doch auf, Junge. Junge, hör doch auf! Ich seh dich nicht! Wo bist du? Tschüss! Wow, ich hab dich nicht gesehen. Erst in der letzten Sekunde, als ich einen Fall getroffen hab. Gut, dass ich Goldreserven habe. Ich werde an deiner Stelle jetzt nicht zur Mitte laufen, sonst bist du direkt tot. Ich bin so oder so tot, ich kann dir nichts mehr ändern. Wie soll ich das denn jetzt bitte noch gewinnen? Gerade eben war es auch knapp. Na ja. Knapp ist anders. Wenn du dir natürlich... Aber irgendwie, ich finde das Gold spawnt hier viel zu langsam. Du musst ja eine halbe Stunde die Mitte kontrollieren, bevor irgendwas läuft. Ich wollte gerade in der Mitte, ich hab 6 Gold geholt. Denn ich hatte gar keine Goldreserven. Ich wollte nur nicht, dass direkt da hinläuft. Und ich mehr habe. Ja, das hätte mir eh nicht so was. Ich muss mich erst mal wieder rengen und equippen und alles. Alles klar. Na, hast du wieder Bogen und alles? Noch kein Schwert und noch keine Rüstung. Ich hab Eis noch nicht gefunden und keine Lust danach zu suchen. So, wie bist du denn, mein Freund? Erstmal das Gold mitnehmen. Was du nicht hast, hab ich. So. Oh nein, da kommt ja jemand. Ah. Ganz knapp. Hä? Sie verarschen, Alter. Verpisst er sich in die letzte Ecke. Alter, weißt du, kämpf doch einfach mit nem Schwert. Ich hab keins. Aber okay, okay. Alles klar. Das ist ein Tier. Achso, das war ein Knockback-Stab. Geht das auch? Zählt das? Wie? Hä? Wieso stehst du wieder hier oben? Achso, Leute. Okay, weißt du, Ende. Ja, ich scheiß Bo-Spammer oder was? Oh ja, richtiger scheiß Bo-Spammer, Alter. Ja, so kann ich dich im Abstand halten, wenn ich kein Schwert habe. Hey, Junge, kauf dir mal Skill. Nee, ich kauf mir Bogen. Ja, komm jetzt hier, Rocket League 1 gegen 1, komm. Nein. Das ist scheiße. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr gesehen, wie man es nicht macht, Leute. Genau, so habt ihr gesehen, wie man asozial ist, mit dem Bogen kämpft. Aber es funktioniert. Und rein. Tschüss. Tschüss.